Ah stimmt Das ist hart frustrierend Headlane pushed Ja war top Das heißt der könnte Level 3 auch top sein Im Counter ganken Aber naja wo seid ihr stärker am Anfang? Echo Echo ist scheiße im early game Dann könntet ihr sogar versuchen das 2 gegen 2 zu forcen Echo kann jetzt weg Jetzt kann wir jetzt damage machen Doch hält was aus Wollte bock gestartet? Dann muss ich euch aufpassen Ja 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 Wollte gestartet Bitte son beim Turret Wenn du jetzt kommst Könnte ich stun up haben Dann sollte ich eigentlich stun up haben Aber ich hab die Q noch nicht Ich müsste erst die Dings machen hier Na die dürfte ja noch ne Welt reinpuschen Ähm top du musst abpassen Wieso bin ich jetzt nicht? Wir haben das doch geändert Die haben das ernst auf zumbie geändert? Das war schon War zwei patches oder so Ah Jetzt hab ich keinen stun man Wollte mal Wollte mal Du musst top auffassen Vorsichtig der jungle Du musst jetzt top sein Oder kommst du dir sandwichen So vorsichtig Ja 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 Wie sieht die aus? Sorry I'm not top geworden Kam hast du mal Wort Stefan für hier? Mhm Glaub ich Das läuft soweit ganz gut Ich freeze mal von meinem Turret Ich freeze mal von meinem Turret Ah ok klappt nicht so ganz normal Äh jungler ist bot An der Krabbe Mhm Das heißt du kannst top ganken Geh top ganken Auch wenn ich so low die Der kann mich nicht Der kann mich nicht Der kann mich nicht wirklich helfen Aber kann ich Wir versuchen ihn einfach rauszudrücken Damit der ein bisschen farmfick Der Sangler kann auf jeden Fall nicht kommen Genau Einfach wegdrücken Sag das mitte? Mhm Oh shit An der K Haben die eigentlich heal? Ja Jaja Aber ist schon gut low Ja Na ich hab aber bald keine mana mehr Äh Haben die da ne ward drin? I guess Sonst hätte ich aggro verloren Wie sieht's mit dem Geld mäßig aus? Bei mir? Mhm 850 Was? Willst du als erstes kaufen? Äh Muss ich gleich mal gucken Das kann ich dir so nicht sagen Ich spiel nicht so oft Miss Fortune Kann ihr noch Armor pennen? Ja Kann man Aber Man kann auch halt Crit bauen Gehen beide Varianten eigentlich Geh raus Alles gut Geh weg Geh weg Du hängst dir Spiel Hm Nice Hm Der Jungler Ja 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 Alles gut My bad Ich dachte ich hätte noch mal Na für ne Q Dann hätte ich das gewonnen Alles gut Alles gut Heute ist super low War die Sams? Äh Nächste weg gleich Okay alles gut Ah schau Boah da war die aber ballsy Was die so lange gewartet hat mit Flash Was Ähm Der Jungle Echo Metal Mist Top Hier im Base Sollte passen Alter warum gehen die denn so die? Mann was wollen die denn von mir? Ich baue sie auf Flaffelty Keine Flash auf Echo by the way Keine Flash auf Echo by the way Und Urea auch Hotline push grad rein Aber ich hab den Fehler grad auf jeden Fall gesehen was ich falsch gemacht hab Hm Was gut getan So Gerade der Fight mein ich So Ja passiert Besser spielen können Ja schon Wann hast du Ulti? Das hat Man ja Ah fuck Wie viel kostet dieser Regen von dir? Oh an Mana? Hm Deco ist hier Setz den erst ein wenn wir reingehen wollen Hm Weil du dadurch dann dieses Mana Problem nicht haben wirst Hm Versuch ab und zu ne Queue zu machen und ansonsten einfach ganz im Band farmen Und wenn wir reingehen dann den Slow halt draufsetzen Hm Weil die Queue kostet nur 49 Mana ist schon richtig Genau Und wir können die halt poken Das war knapp Zeig mal 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 Echo hat noch alles ab Ja Ja Wow What Echo ist bot lane ne? Er war Er war Jetzt grade gegangen Ich glaube nicht mehr Kann ich deinen Sack Den könnt ihr auspuschen Den können sie nochmal auspuschen Oder könnt ihr Habt ihr bot lane priority wenn ihr reinpuscht Dann können wir drag mal rein Ja kann man Dann push die nächste mal mit hart rein und dann Ja Echo ist schon beim drag Ja wir haben jetzt priority Ja dann go 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 Ja 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 klar kein flash haben wir teleport? ich hab mal ult ab klar kein teleport und kein flash naja ist gut aufpassen wohl und Gnar hat auch gerade aufpassen wohl ja da bloß nicht kannst du auch machen ich komm nicht raus pass egal die erste Versace der hat die Topf für die scheiße gewastet das war gut ja schnell raus pushen und dann weg jup nice wie sieht's top aus? ja ich bin farm even soweit äh er hat keine Sums ich hab keine Sums alles gut bis jetzt er weiß aber was er tut er countert mich ganz gut mit seinen Items aktuell aber sonst in der Mega-Gnarform kann er mir gar nichts der Jungler ist gerade am Deck gewesen aber da darf man nur okay vielleicht mal wo der kann den glaube ich nicht alleine machen okay er kann überhaupt nicht ja aber sonst braucht der Jahre oh er ist hier hier der macht den ja aber der ist ziemlich low ja aber ich kann nicht allein hin ja ich komm auf die Mitte obwohl ich kann ihn abbrechen vielleicht ja ist abgebrochen der ist weg gut sehr schön war halt ein bisschen scheiß wegen CS und so ne ja alles gut alles gut ich hab halt ein bisschen versucht zurückzumachen klar jetzt gewordet ich mach dir gleich mit mit flash zippers oi lol ich komm nicht zum Watteln ich hab Wolfie ab oh Minion Block scheiße ja lass rauspushen dann ähm können wir drag nochmal andenken Mitte kannst du auch rauspushen ja mach ich und drag nice ja sehr gut jetzt dürften wir eigentlich einen Freedrack haben mhm ja da ist auf jeden Fall kein TP ich glaub du kannst Mitte sogar pushen mach ich ja und okay brauchst nicht komm mach weiter wir lösen ok der Echo ist auch hier alles gut ja sehr gut sehr gut ja Echo ist hier vorsichtig einfach raus einfach raus Echo ist noch im Bomben im Jungle ab fassen dort hin welchen möglichgone CCS die 9 ja zirrr wööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööb e couple eine prosper Erko ist topstar, Jungler mit glaube ich hab Ulti ab wieder Mitte Sollten reinpushen jetzt Kannst du Moomen zum Jungler hoch? Ja Wir müssten das fighten können Komm her, komm her, komm her Ich komm schlecht runter laufen Das ist zu late jetzt also Ach sorry man Ach Also ich komm schlecht nach unten Also bot lane ist deutlich ahead Wir brauchen auf jeden Fall keine Hilfe Wir stehen jetzt, also das Ding steht 6-0 Du guckst aus die Mitte ein bisschen Ich konnte reinpushen, perfekt Ach alter Mach einfach den Daumen kaputt Der Typ, der Echo ist halt die ganze Zeit hier Weißt du Ich hab äh gefriest die Mitte Ich hab äh gefriest die Mitte Heißt die kann wahrscheinlich nicht weggehen bis du wieder hier bist Doch klar ist top Mach einfach den bot lane Taka bot Wird ja schon okay Die ist noch mal weg, die ist noch mal hier Bane ist wieder da Der Pike, keine Ahnung wo der rumtingelt Na da ist auch wieder bot Ja Oriana konnte nicht weg Alter Der baut ja voll AD hier Und APD Pass auf, Steffen ne Naja Ja Wurde rangehen bitte Warte Ich war nicht bereit man Warte bitte Ich hab Ich bin tot Ich bin tot Abgejungle ist top Toll Das heißt wir müssen ähm Ja top Ist weg Ja der kriegt ihn doch nicht Mh Okay Ja wir müssen Bock durchpushen jetzt am besten Mh Hast du Telefrauer? Ne Alles gut Ähm lasst uns versuchen den top top tower schnell zu fliegen Jupp Ja gut Einfach pushen Wir dürften eigentlich nichts machen Warten Okay Ne Ja Löder Fot Der baut voll squishy Eigentlich könnten wir ihn richtig leicht kriegen Ne Sehr gut Ähm Ja Achtung Dann sollen wir mit rutschieren Dann sollen wir mit rutschieren Ja mach den top land tower weg Ich würd sagen wir machen den Krabbe eben schnell abholen mit so Na Ja Das ist okay Okay Ja nice Herald Nice Ja lass Mitte jetzt durchpushen Und dann Ja Push top nochmal durch Ja die waren am Herald ne Ja push top nochmal durch Ach der ist noch Die sind schon dran Mh Scheint so Waren 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 Na lass den Nehmen Na lass Mitte machen oder? Mach den herald Ja okay Also wie ihr meint Na wieder top Der baut ja voll Magie Resi Gegen wen? Na gut Ja okay Echo kommt zum herald Mhm Aber wir dürften machen können wenn der Wirklich kommt Hm Okay Er ist raus? Ja Ah da ist ein ward drin Eine pink ward Hm ich würd den fast nehmen Um den top hinzu Oh nice Mitte raus pushen Oh nice Gut hast du was gemacht Oh schade Ich kann die Uri auf dem mitnehmen Hm Sehr gut Nice Ding mit Tor Jum Bordlane ist Backkrieger Ja ich hab Ich hatte nicht gesehen dass ich mich in die falsche Richtung Die Bordler war laut Backkrieger Mhm Ja dann top end Moven oder? Top end Ich würd ihn meistens ein charge Ja wir können mit Okay Charge haben wir nicht doch den charge haben wir Den krimier den krimier den krimier den krimier Alter wenn ich Q drücke will ich dass diese Taste benutzt wird alter was los mit meinem Computer Äh Ich muss Backkrieger Ich muss Backkrieger Ich muss mich nicht abwählen Nein Nein Fuck Na Na Ah Und gleich da kommt 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 hier runter kommt hier runter wenn ihr verbraucht Fuck Fuck Ähm ja das letzte Mal Richtig mal misplayt Alter du hast mich grad hart gebaitet bin gleich da sag mal bitte ne Posi Nächstes Mal Du kannst mich nicht in den Kamm Ah das war mir gut Amano Amano hier so baiten Mh Ja Du meintest aber was ich hierher kommen konnte Dann kann ich über die Wand flaschen Hier unten Top down Down Amano Bisschen Overstate Das ist nicht gut dass die Vayne jetzt 950 Gold bekommen hat Oh leih Das ist so krank dieses Mh Dieses Bounty Gold Ja Mh Mh Labert die fürn Dreck Mh Ich würd sagen ähm Mh Matt Geh du gleich Bord Ich mach gar nix alter Was ist die Sühle von mir Definitiv gehen top Alter Ja warum Warst du vom Papst in den Donuts Hä was Hä Hast du mich Bord gegen den Gefiedeten Obwohl ich gegen Na nicht klarkomme Okay Macht Sinn Jetzt wär wo Hä es geht drum Ja es geht drum Dass wir den Turret nehmen Ja genau Wir können den Turrettiere schnell einreißen Und du musst einfach nur halten gegen die Und selbst wenn du nicht hältst Ist egal Wir sind tierischer Head gegenüber der Vayne Das heißt wir werden den Tower viel schneller einreißen Wir kriegen den vielleicht jetzt sogar schon Mh Ja sie wird alleine in den Bot Tower holen Ist egal Wir pushen dann weiter Mh ich hab jetzt zwei Schätzchen Ory unanimat keine Oli Ja Ja vier Top Vier Top Dicker 3 Wenn du zum bei Knomm bin ich da ja unten kommt die ganz achtung ja warum zur hölle ist die rausgeflasht ich glaube die hat doch nicht gedacht dass irgendwas kommt siehst du den naja der heilt sich jetzt naja der kann man sich nicht auf das hochhagen oh shit da kann man genau mit der fünften ist aber oh wir können fighten wir können fighten ja gerade und ob du kriegst den top wenn man nicht so ich komme mit eben er das den trafischen kommt ja und nun wort sie weiß dass du kommst er ist ja ich kann nicht halten gegen die wir haben wir beschäftigen so drei wir beschäftigen drei toppen das heißt hier vier sind top in der hotline die wäne abholen locker und wir müssen also wir halten einfach ich mach immer vier trocken achtung du darfst nicht weiter reingehen weiter rein sehr gut und ihr pusht jetzt einfach gegen ich wollte nur gucken ob ich hier für den toll noch einen kriege aber es ist zu risky hast du noch einen ward ab? ne dann lass uns kurz berg gehen ja juli hat keinen flash die können wir auch erbogen wenn ich da weiter pusht ich hab mal immer ulte wir pushen jetzt top raus mit raus pushen ja weg in drei minuten ja wir dürfen wir eigentlich noch nicht schaffen so früh ne glaub ich auch nicht und selbst wenn ich hab gleich meine wards ab ne wir sind definitiv nicht am barren ich push noch eine wave dann komm ich mit zu ja Achtung botline 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 Achtung raus 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 komm mit zu bei bot minimum valka auf dem weg sehr gut einfach die lanes wieder pushen nicht weiter falten nicht weiter falten nicht weiter falten nicht weiter falten lanes pushen weg jetzt gleich kommst du mit um mich so ein bisschen zu schützen ja also um den bern einfach rum worten dass wir da erwischen haben und dann genau botline auspushen ähm steffen geh du mit botline dann holen wir uns gleich in 1.30 den jake ohja ähm gucken dann dass wir dann top und mitte wieder auspushen na ich hab hier wieder ab aus dem link rein mal botline mit lane noch auspushen jetzt ja das war nicht worth dass ich für die ori geflasht bin wir können theoretisch einmal noch alle resetten und dann nochmal mit und bot auspushen und dann jake ja ja botline auch nochmal einmal resetten also einmal mhm die waren gerade zu direkt mit lane musst du aufpassen da so nach ich die golems machen so nach ahja mal werde ich sagen ok ja den drake können wir vergessen glaube ich ne 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 der ist in 46 ich bin in 30 wieder da wenn ihr einfach runter geht komm ich ich hab da noch wieder ult mal aufpassen die könnten da überräumt sein ja ich bin nach dem weg runter mariana ist auch da pike auch ok nice sehr gut sauer die worden und neue wards stellen krabbe und und top lane ja und du top lane wir kriegen ihn zu viert weil der gnar pusht da ja vielleicht sogar baron holen können oder der push gar nicht ne der push gar nicht der push gar nicht der push gar nicht ne der push gar nicht der push gar nicht der push gar nicht der push gar nicht ne ne ich mein wir hätten mit 3 kill sogar baron holen können wir haben bot lane auspush neiner ich weiß nicht wer ne ich machs ja bot kann ich aber auch machen ja dann lass ihn das auspushen wir gehen top lane steffen ja einer mitte und wir warden wieder um den baron rum alles jup ich hab keine wards übrig ich hab noch welche ich mach alle wards weg die ihr sind und hier sind klar fike sind wir nach oben oriana auch wain auch mhm 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 teplus mhm 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 dot lane mhm mhm Das dauert ewig, bis die reingepackt ist. Wir könnten die Orianna wieder nehmen. Können wir die Kriegberger? Ups. Uuuuh, ich komm nicht ran. Ja, die haben wir. Ja, von rechts, genau. Ja, nice. Wir könnten theoretisch direkt zum Ballen move'n und einfach nur so tun, als ob wir ihn nehmen. Weil wir sind alle full life. Wir sind einer weniger. Ja, hier ist immer gewordert, aber ich kann ja nicht sagen, wo da. Und unser Jungler ist level ahead. Aber ich hab keinen Smart. Wie lange? Ja, ist nicht ab. 50 Sekunden. Ja, dann lass einfach chillen und daten. Ja. Ich hab keine Ult. Sehr gut, wunderbar. Okay. Sehr gut. Sehr schön. Ja, back, back, back nicht. Weiter, nicht weiter. Tobi, geh nicht. Geh weg, geh weg, geh. Einfach Bär machen. Ja. Einfach zurück und Bär. Ja, ja. Sehr gut. Tobi smilt. 30. Ja, okay. Dafür könnten wir einfach zu anfangen, glaube ich. Falls der Jungler kommt, müssen wir auf den Tom. Mhm. Der kommt rein. Tom? Ja, rein. Weitermachen. 16. Der Pike ist unsichtbar. Aber ich bin jetzt ziemlich low. Ich würde sagen, bringe ich das ab, Alter. Oh, fuck. Ich hab keinen Flash. Boah, Junge. Die Heels sind real, danke. Das ist krank, oder? Äh, der Jungler ist tot. Ja. Ich hab Heels. Der kann den machen. Ja, der Heels hat dich einfach verwischt, das war alles. Das Handy behältst einfach ihren, äh, extra Flash, okay? Oh, ich war gemütet. Das ist Reset, oder? Resetten, genau. Botlane. Äh, wir gehen wieder Botlane im Runde Toplane. Nächstes ist man, äh, Drake, der abkommt. Also, wir spielen jetzt in den Drake rum. Ich geh bot schnell, ich brauch dabei Hilfe. Nein, nein, geh top, geh top, geh top, geh top. Äh, M11 und ich gehen Bot. Wir pushen Bot raus. Du hältst Top einfach gegen. Mitte raus pushen. Ich versuch's. Ja, ja, egal. Du musst einfach nur ein bisschen gegenhalten. Ja, ja, ich weiß, was ich zu tun hab. Bis jetzt mach ich's ja auch eigentlich recht gut. Ja. Und, ähm, genau dann. Ich geh jetzt mit... ...Tobi einmal warmen. Wir sind alle in der Mitte. Kommst du mit, so Richtung Drake? SS, ich stopp. Am gleichen. Soll ich noch weiter pushen? Hm, ein bisschen kannst du noch, sind drei Mitte. Mhm. Ja, weiter sollten wir nicht. Eine Wave vielleicht noch. Kopf, ey, ja, der Kopf geht. Kopf, weg, weg, weg. Steffen, die könnten kommen. Jupp. Geht klar. War noch ein Ward? Wir brauchen nicht so defensive Wards. Wir wollen euch jetzt pushen, oder nicht? Ja, wir sollten offensiv auch spielen. Ja, ich komm jetzt. Ich mein jetzt nicht so nur für Kills, sondern die... ...Wards können gerne offensiver stehen, aber dann muss jemand von uns dabei sein. Kommt jemand dann gleich mit? Ich hab drei Wards wieder ab, aber ich brauch gleich die Wards. Äh, hier ist ein Warder. Komm, 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 miss. Das kann ich aber nicht besonders gut besitzen. Ja, nice. Es geht nur darum, was welcher... Äh, wir können sogar zu dritt jetzt T-Rits geworden gehen. Meine Mitte ist ausgepusht, da können wir nichts machen. Welches Objektiv wollen wir denn nehmen? Den... ...Drag. Greg. Mhm. Wir brauchen noch zu... Der Drag gibt es uns überhaupt nicht so für... Für den Wurden, Baron ist schon zur Hälfte weg. Wir brauchen T-Rits, Leute. Verdamm' was? Ich glaube, ich habe die Mitte maler, wenn wir mit zu pushen. Ja, wir können jetzt hier unten durchwarten, damit wir den Midtür nehmen können. Fike ist, äh... ...Mitte von der Seite. Mhm. Na, Deft. Ja, dann lass es besser machen, bitte. Der Pullt und alles wieder ab. Sehr gut. Sehr gut. Nice. Tank den Tower? Einer, einer geht top. Ähm, Mundo Toplane. Die anderen bleiben Mitte. Ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Oder was? Äh, genau von oben. Mhm. Na, ich muss aufpassen, ich bin low. Ich hab Heels. Jo. Na, halt old, ne? Ich bin jetzt ziemlich low. Ja, lass zurückgehen. Ja. Äh, Drag, 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 Drag. Kein Drag gehen. Ja. Hier ist irgendwo gewordet. Ich weiß noch nicht wo. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Dann weg und dann, ähm, die Lanes wieder auspushen. Guck, ob ich jemanden töten kann, ne? Nimm die Pflanze. Sehr gut. Und resetten. Jupp. Nächster Objektiv ist Siren, das heißt, Top auspushen. Wir haben vier Minuten bis Spillen. Ja. Ich würd sagen, wir runen es einfach down jetzt irgendwie. Ich würd sagen, Mitte und Top. Gim in Red Buff abholen. Mitte und Top. Okay, dann müssen wir Bot einmal auspushen. Mhm. Dann, ähm, MF-Bot auspushen. Kobi nimmt den Jungle so lange. Und dann rotieren wir Top. Und gucken, ob wir deinen Tower kriegen. Und Matt bereite ich schon mal vor, und wir mal einen Top-Push. Ja, soja. Jupp. Gerne sagen, wenn irgendwas besser geht. Alles gut. Ich würd einfach sagen, dass ich nicht einfach Django nehmen sollte, so ne Big Lane zum Beispiel. Das geht auch. Ja, Bot ist ausgepusht. Wir rotieren das mit. Ja, komm ich hinten rum. Mhm. Jaja, mach's recht. Alle Mist, Top-Line aufpassen. Na, Red Buff. Mitte, noch ne Wave auf jeden Fall rauspushen. Oh. Mit dem Pyke. Im Prinzip die Carries. Alle vier Leute mit der Mitte. Push, 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 push. Fall, komm. Genau, Top-Line pushen. Ja, äh, der Ding ist unten. Vayne, wir können Top-Tippetisch-Tot machen. Kommst du klar, Top? Wir können den Narn eigentlich abholen. Ja, lass die Wave noch rauspushen und dann Top. Mhm. Hat noch jemand Wards aushanden? Nein. Bist du da? Ja, hab ich. Hier ist gewordert. Nee, nicht zeigen, ich zeige, ich zeige. Ja. Ja, du hattest aber gesehen. Nee, nee. Die Linse sehen die nur, wenn ich draußen bin. Kann man. Ja, okay. Okay. Tipper Sound, Ty. Sehr gut. Äh, Top-Pushen, Top-Pushen, weiterpushen. Genau. Einfach Top-Pushen. Mhm. Hat den Richtigen erwischt. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Go, 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 go. Ich bin ziemlich low. Sehr gut geholt. Hab mal Heels und alles ab. Sehr gut. Nice. Top-Pushen, Top-Pushen. Top-Pushen. Ja, das heißt, ähm, Achtung, Mundo, Top-Pushen, auch Post. Ähm, Matt aufgesetten, Matt, Bot-Lane, MF und ich Top. Andy bleibt einfach mit. Oh, shit, ich bin tot. Sorry. Kein Problem. Okay, das wird. Genau, Matt, Matt, Bot-Lane. Ja. Nehm ich nochmal die Wave dann. Andy bleibt wieder Mitte. Lass die, lass die ruhig, die Wave. Dann kriegt Matt, die, die pusht ja ganz langsam rein. Dann ist auch Matt nicht so weit vorne. Dann hat er ein bisschen Sicherheit. Ähm. Ähm. Genau. Es ist aber ein Megascheißwert. Vor allem du hinst du das, Steinpanzer. Wir hätten vorher Bot-Lane nehmen sollen, dann hätten wir jetzt den Top-Turret, Pressure und von Baron und Van nicht so gesplittet. Ohne TP. Ja. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir alle oben sind. Auf jeden Fall hier Wards stellen. Hier sind drei. Nas top und da waren drei. Ja. Puschen mit so. Ach, doch, Echo engaged. Dann Echo. Wir müssen zurück, 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 nicht rein. Geh weg. Ja, ja. Geh weg. Nehmen wir einen Tobi. Achso. Die kommen von hier unten, vorsichtig. Scheiße. Arbeit. Und raus. Matt, resetten und hochkommen. Kommt nämlich jetzt entweder Bot oder wir brauchen dich hier. Ja. Die machen Baron? Die starten. Ich, 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 ich block die beim Baron. Die machen keinen Baron mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben, äh, Uri down. Autsch. Ich glaube, wir von der Seite. Die sind genau. Die sind genau. Nice. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Mhm, mhm. Ich geh mal weg. Ich muss resetten. Da war doch nur eben jemand. Ich will die Talk. Sehr gut, äh, wir können Baron. Hier ist ne Pflanze. Baron, 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 Baron. Jetzt sind die Pflanze und Baron starten. Sobald, äh, C2 da ist, Baron starten. Ich kann top den Echo abholen. Dann los. Ne, ist egal, scheiß auf Echo. Einfach den Baron machen. Das ist wichtig. Oh, mach einfach Baron. Ja. Baron, 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 Baron. Wir brauchen hier Hilfe. Äh, ich wollte nur den Jungler töten. Ne, wir brauchen, du hast DPS, Mann. Kann ich jetzt schon weghalten. Danach, ähm, alle Lanes pushen, ne? Also, Matt. Es ging mir nicht um den Kill selber, sondern dass wir keine Pressure haben auf den Baron. Hm. Danach Matt bot. MF und ich top. Ja, nice. Äh, wir können Elder machen. Das ist top-liner. Top-liner, ja, wir setten auf jeden Fall einmal, damit wir die Buffs und alles weg haben. Ähm, aber danach können wir tatsächlich, äh, um Bot-Lane spielen. Top-Lane ist gepusht, die pusht... Die Rest-Boss-Boss-Boss. Das heißt, Mitte, Bot-Lane. Genau, Mitte, Bot auspushen. Ähm, ähm. Elder warden, du bist da zu tief. Affe. Genau, einer Mitte auspushen. Matt, geford. Alles warden. Dann warten, bis der ab ist. Äh, teleport. Teleport? Ich hab Ultier. Ja, dann lass rein, lass rein, lass rein, lass rein. Und go, 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 go. Hang on, misswatchen. Die fokusten nicht hart. Hm. Na, das war kein guter Fokus von uns. Nee, ich kann nicht rein. Aber es kann noch nicht rein. Weil ich ziemlich abgesplittet war. Das kann noch nicht rein, ganz weiter. Alles gut, wir sind noch gut dabei. Äh, ich komm... Ich krieg hier überhaupt niemanden. Alles gut, alles gut. Einfach weiter. Oh, das war zu risky für mich da rein zu gehen. Genau, die warden, aber Mitte einer rauspushen. Ja, ja, ich geh mit, ja. Hm, werden nicht machen, glaub ich. Na, na. Außerhalb, die Wainer ausfokusten, weil die hat mir jetzt in 6 Sekunden 2.000 damage gedealt. Ja, das war halt scheiße, dass ich da keine Ulti machen konnte oder sonstiges. Nee, du hast die Wain geultet, aber ja. Ja, aber keine bessere Ulti. Ich kam halt überhaupt nicht in den Teamfight mit rein. Ähm, wir können jetzt gleich direkt wieder zum Elder gehen. Sobald Seju da ist, direkt hingehen. Midlane ist ausgepusht, Broadlane ist ausgepusht. Man, die Wain musste wegen mir flashen, aber... Wir haben jetzt wieder einen Miss Fortune, Old. Ihr kriegt den, die können wir haben. Ja, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, wunderbar. Die Sache ist gegessen. Nee, raus, raus, raus. Ne, ne, brauchen wir nicht. Okay, nice. Okay, nice. Jetzt Elder. Dann geht Matt Toplane. Dann pushen wir einfach alle im Botlane durch. Genau. Matt Toplane. NLF und ich Botlane. In die Mitte. Und der Jungler, keine Ahnung. Keine Ahnung, jungling. Ja, und eineinhalb Jahre League of Legends weiß ich immer noch nicht, was der Jungler macht. Ja doch, was er macht schon, aber ich kenn die Routen und alles nicht, keine Ahnung. Die Routen musst du nicht kennen, aber wenn gepusht wird, dann ist der Jungler einfach so, entweder ist er am pushen, wenn es ein Jungler ist, der das kann, oder ist halt so zwischen, ist im Jungle dazwischen, falls jemand ein Gage wird. Der Fahrt ist mir easy kriegen. Ich glaube, wir können sogar für den nächsten Mach pushen. Pass auf, Oriolte auf. Vorsicht, Stunfield. Ich kann ja wieder ganz stumpf reinflaschen, wenn ihr wollt. Ja, ich habe noch jemanden. Ja, warte, sagst du an. Ich mach, ich mach, ich mach. Ori? Forward lever. Alles gut, alles gut. Eie, fuck. Alles gut, no stress, no stress. Alter, die Heals sind halt dumm, schade. Sehr gut. Wir können finischen, wir können finischen. Ja, wir pushen den Bot und dann einfach direkt den Tower, glaube ich. Jo, nice. Das ist GG. Jo, es ist. Nice. Ja, das war sauber gespielt. Jo. Ein paar Kleinigkeiten noch, also so individuelle meistens wieder. So, je wird zwei Setsuani engage. Nichts großartiges, finde ich. Ja, ich habe mich zweimal beim Warden catchen lassen. Das war nicht dumm, aber das ist auch... Tobi wurde auch...